Hm, komisch. Gehen wir uns einmal. Lech! Da sieht man die Spur, wie dieser Pfeilstanz gegangen ist. Und dann ist er gestorben. Da hat er angefangen. Da geht er rüber, drüber, drüber. Da ist er gestorben. Und dann ist er versteinert. Wo ist denn der Nemo-Fisch? Nemo-Fisch. Ah, da bist du ja, schau. Da ist er. Da ist der Nemo-Fisch. Da ist der Nemo-Fisch. Was, Nemo? Kitzko. Nemo. So, dann schauen wir uns ein paar Nautilus an. Der da schläft. Der da. Er glatzt mich an. Er frisst die oberste Schicht der Scheiben. Ein halber. Nemo-Fisch. Sammeln. Ach so. Jetzt wird es der Handy öffnen. Schauen wir mal weiter. Herr Rohrer, haben Sie schon den Nemo-Fisch gesehen? Warten Sie, irgendwann Kumpa. Da versteckt sich einer in die Korallen. Neben den Korallen. Ich verrat' euch noch was. Die Korallen, ne? Warum? Ein Klaun-Fisch. Der schaut aus wie ein Vorfahren vom Klaun-Fisch. Richtig. Ja. Wisst ihr, warum die das hier so aufgebaut haben? Weil vor diesen 150 Millionen Jahren das Meer hier ein Korallenriss hatte. Hawaii-Doktor-Fisch. Genau. Also so sah es mal aus. Habe ich einen Film. Nemo-Fisch. Baby. Uhrzeit Nemo. Ich werde jetzt ein Video aufnehmen. Da ist der immer Klitschko gesagt hat. Schon wieder. Der möchte sich schon wieder umdrehen. Mika, ich glaube ich habe seine Augen gefunden. Mika? Ich glaube ich habe das Auge gefunden. Das da. Der schwarze Punkt da. Und die zwei hängen dann schön immer noch auf an uns. Ich glaub der bringt viel Kisten. Das ist ja gar nicht. Was ist wenn man noch blitzt? Dann erschrecken. Die können sich so zu Tod erschrecken. Echt? Hab ich da. Der Fudere möchte sich vom Hintern befreien. Der Fudere möchte sich vom Hintern befreien. Der Hintere hält den Fudern aber ein. Und lasst ihn nicht frei. Wenn jetzt klopfen das und das da kapieren. Da ist der Klop... Da sind schon wieder die Klops... Die Klopscherfische. Hä? Hä? Warum klopscht du denn meine Kamera an, hä? 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 Hast Angst, dass ich den Film, oder? Hä? Ja, klopscht mich nicht an, du. Hey, du da. Klopsch mich nicht an. Ich sagte, klopsch mich nicht an. Du. Geh und versteck dich. So sehen wir weiter. Hi Klitschko. Zitronen Doktor Fisch. So, was sind meine anderen Fischies? Die Korallen leeebt. Mh. 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 Die Koralle kitzelt den Fisch. Klitschko! Das ist der Schlafen. Das ist der Schlafen auch. Das ist der Arschloch. Die Koralle versucht Fisch einfangen. Die Koralle versucht Fisch einfangen. Hallo, Enio. Jetzt versteckt er sich. Ich hab ihn immer noch. Oh, jetzt ist der kleine Donner. Man sieht nach der Ruhe. Die drüben. Anna holt den Knallern fest. Ich bin Pauzi. Da, 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 da. Rennen und fahren. Rennen und fahren. Kürzen wir den beim Gegenzug.